Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch in dieser Minute, auch in der nächsten halben Stunde, in der Sie, verehrte Zuschauer, sich unsere Sendung Diesseits und Jenseits der Zonengrenze ansehen, werden Menschen jenseits dieser Zonengrenze ihre Wohnungstür hinter sich zuschlagen, ihre Stadt oder ihr Dorf verlassen, heimlich, möglichst unauffällig, um nach Berlin zu fahren, um dort eine andere Tür aufzumachen, die Tür zum Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde. Für diese Fluchtbewegung, die in den letzten Wochen und Tagen immer mir angestiegen ist, gibt es eine ganze Reihe treffender Bezeichnungen. Man hat Lenin zitiert und sein Wort von der Abstimmung mit den Füßen. Man hat das, was sich nun schon seit dem Tage vollzieht, an dem Deutschland geteilt wurde, als die deutsche Passion bezeichnet. Die Schriftstellerin Erika von Hornstein, die wir in dieser Sendung begrüßen dürfen, gab ihrem Buch, das Flüchtlingsberichte und Flüchtlingsschicksale zum Inhalt hat, den wohl besten Titel für diese Flucht von Deutschland nach Deutschland. Sie nannte es die deutsche Not. Mit dieser deutschen Not wird sich nun im Laufe der nächsten halben Stunde Hans-Ulrich Barth befassen. Es freut uns dabei besonders, dass der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lämmer, zu uns nach Hamburg ins Studio gekommen ist und an dieser Sendung ebenfalls teilnehmen wird. Ich gebe nun zunächst weiter an Hans-Ulrich Barth. Am 10. Dezember 1948 haben die Vereinten Nationen die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Zu dieser Erklärung der Menschenrechte bekennen sich die Vereinten Nationen auch heute noch. Sie wurde übrigens auch von der Sowjetunion unterschrieben. Sie hat gestern wie heute ihre Gültigkeit. Der Artikel 13 dieser Erklärung der Menschenrechte lautet wörtlich. Absatz 1. Jeder Mensch hat das Recht auf die Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. Absatz 2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, sowie sein Land wieder zu betreten, in sein Land zurückzukehren. In den letzten 16 Jahren der schmerzhaften Trennung unseres Vaterlandes mussten wir erleben, wie sich die kommunistischen Machthaber in der Zone über die elementarsten Menschenrechte hinweggesetzt haben. Sie verweigerten der von ihnen beherrschten Bevölkerung das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf freie und geheime Wahl ihrer Volksvertretung, das Recht auf die Ausübung der Religion, das Recht zum Streik und sie verweigerten einem Teil der Bevölkerung, wie zum Beispiel den Bauern, das Recht auf Eigentum. Die Folge davon war, dass sich Millionen unserer Landsleute, jenes bereits in der Erklärung der Menschenrechte verbürgte Recht nahmen, ihr Land verließen und im anderen, im freien Teil Deutschlands um Asyl baden. Das Herz Deutschlands geteilt in zwei Hälften. Berlin inmitten ganz Deutschlands einst, eingeschlossen heute von der sowjetisch kontrollierten Zone. Berlin, die Hauptstädte des Staates, der sich Deutsche Demokratische Republik nennt. 17,5 Millionen Deutsche, inbegriffen Ost-Berlin, im Land zwischen Oder und Elbe, Erzgebirge und Ostsee. Es müssten mehr als 20 Millionen sein, aber aus Sachsen und Mecklenburg, Anhalt und Thüringen kamen und kommen sie nach West-Berlin. Mit der Untergrundbahn und mit der Stadtbahn. Tag für Tag, 100, 200, 300, manchmal waren es 1000 an einem Tag. Der Durchschnitt aller Nachkriegsjahre, 20.000 im Monat, drei Millionen insgesamt. Drei Millionen Einzelne. Jeder von ihnen kam seinen Weg. Diese kommen jetzt, sie fallen gar nicht auf. Aus dem Flüchtling ist ein Zuwanderer geworden. Ordentliches Gepäck, solide Kleidung, es sieht alles ganz undramatisch aus. Reisende, die irgendwo ankommen. Aber der Blick zurück, Volkspolizeikontrolle. Nur ein paar Meter entfernt. Dort ist Deutschland. Und hier ist Deutschland. Wodurch unterscheiden sich diese beiden Deutschlands? Die Flüchtlinge wissen die Antwort. Sie sind eine Antwort. Niemand sieht auf den ersten Blick, wie viel Angst, Grübelei, wie viele Verluste, welche Ungewissheit auch hinter ihnen liegen. Was sie taten, heißt drüben Republikflucht und wird strafrechtlich verfolgt. Was vor ihnen liegt, wissen sie nicht. 1953, das Jahr des Aufstandes vom 17. Juni. Insgesamt kamen in diesem Jahre 331.390 Menschen aus dem Land zwischen Oder und Elbe zu uns. 1958 vergleichsweise waren es nur noch 204.000. Damals in den Jahren des starken Zustroms wurde ganz West-Berlin zum Flüchtlingslager. Es gab Tage mit tausend Neuankömmlingen. Alles stehen und liegen lassen, nur das nackte Leben, nur die Freiheit retten, Flucht. Das waren die ersten Minuten aus einer Dokumentation aus dem Jahre 1959, die wir damals sendeten. Und die einzige Revision, die ich am Text von Thilo Koch, dem damaligen Autor des Films, vornehmen muss, wenn ich das auf heute beziehen wollte, sind ein paar Zahlen. Damals, 1959, konnte man noch von 17,5 Millionen deutschen Jenseits-Stationengrenze sprechen. Heute sind es wahrscheinlich nur noch 16. Der Rest ging den Weg von Deutschland nach Deutschland. Und wenn die durchschnittliche Flüchtlingszahl damals 20.000 im Monat betrug, so waren es im Monat Juli dieses Jahres über 32.000. Die Tür, die zum Bundesnotaufnahmeverfahren führt, steht auch heute nicht still. Hunderttausende gingen durch diese Häuser, die den abschreckenden Begriff Lager ein vergleichsweise freundliches, zumindest sauberes und ordentliches Ansehen verleihen. In den letzten Jahren waren es 300, 400, manchmal 500 am Tag. Heute kommen am Tag 800, 900, 1000, 1100, 1200 Menschen. An manchen Wochenenden waren es 3000 bis zu 4000. Wir denken bereits in Zahlen, wenn wir an die Flüchtlinge aus der Zone denken. Wir vergessen allzu oft, dass es Tausende von Einzelnen sind. Es fällt Ihnen nicht leicht, sich in diese provisorische Ordnung zu führen, wenn man das eigene Haus verlassen hat. Die Bundesregierung hat das Notaufnahmeverfahren weitgehend vereinfacht und dafür Sorge getragen, dass am Tage bis zu 1600 Flüchtlingen aus West-Berlin ausgeflogen werden können. Wir fragen uns, meine Damen und Herren, was treibt diese Menschen zur Flucht? Was hat sie bewegt, eines Tages Haus, Hof und Heimat zu verlassen und oft nur einen Koffer oder eine Aktentasche und manchmal nicht mal diese zu nehmen und sich im Notaufnahmelager zu melden? Hier sind einige von den Antworten, die Sie geben. Mein Beruf ist Telefonistin und ich wurde 14 Tage vorm Staatssicherheitsdienst inhaftiert unter Spionageverdacht und danach ging ich zur DVR als Filmverführer. Ich hatte die Absicht, die Prüfung zu machen und mir wurde gesagt, dass ich diese nur eben könnte, wenn ich nach Halle ginge, anderthalb Jahre zur politischen Schulung. Und ich weigerte mich und bin nun hier rübergekommen. Durch die Normen und die großen Normen, die doch die Menschen nicht gerne erfüllen und weil doch das Getreide alles auf dem Lande verfault, es wird auch nichts eingebracht. Der ganze Getreide, so wie der Mähdrescher drescht, so wird das Getreide weg, aber kein Stroh, die haben kein Futter zum Futter, gar nichts mehr. Sie haben mich doch gesehen, was los ist und da wollte ich mich in das Elend nicht reinstürzen. Da habe ich gesagt zu meiner Frau, dann wollen wir uns aufmachen und in ein Landchen, wo wir freie Menschen leben, entgehen. Mein Mann sollte zur Kampfgruppe und er wollte nicht und da haben sie ihm gedroht. Also meine politische Einstellung hat man mir zum Vorwurf gemacht und wollte mich abholen, habe ich es vorgezogen, Feuer zu gehen. Und zum anderen noch, wo die Aussicht bestand, dass die Grenzen zugemacht werden sollten, dass es besser, wenn man Feuer geht. Ja, also man wollte mich zur Polizei zwingen und außerdem macht man mir ein Studium vom Besuchen der Volksarmee abhängig und damit bin ich natürlich nicht einverstanden. Wir hatten diesen Plan schon einige Zeit vor, aber wir dachten, dass Berlin eventuell jetzt geschlossen wird und darum haben wir das sehr schnell getan. Das waren einige der Antworten, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie nun mit einer Schriftstellerin bekannt machen. die ihre literarische Produktion in den Dienst dieser Frage gestellt hat. Erika von Hornstein, sie hat zwei Bücher geschrieben. Das eine behandelt eigentlich ihre eigene Flucht, das heißt, andere müssen bleiben. Das andere ist brennend aktuell geworden. Es trägt den Titel Die deutsche Not und enthält Flüchtlingsberichte. Berichte über das Schicksal der Menschen, die jetzt zu uns kommen. Frau von Hornstein, ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Dieses Buch, die deutsche Not, Flüchtlinge berichten. Sagen Sie uns, wie ist es entstanden? Ich habe in Marienfelde und auch in den Lagern Gießen, Uelzen und diesem Jugendlager St. Bostel, was damals noch bestand, mit Flüchtlingen gesprochen. Und zwar habe ich das begonnen im September 1959 und habe gesammelt bis zum letzten Sommer 1960. Und wenn ich jetzt nach Marienfelde komme, ich bin immer wieder da gewesen, ich war in der letzten Woche wieder da, ist dasselbe Bild, es sind dieselben Menschen, dieselben Typen, es sind nur mehr. Und sagen Sie, Sie müssten eigentlich etwas wissen über die Gründe, die jetzt so viele Menschen zur Flucht treiben. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie ganz einfach fragen würde, wie sich viele Menschen heute bei uns fragen, warum kommen Sie? Also der Anlass, den muss man von den Gründen trennen. Sie meinen den Anlass trennen vom Motiv? Ja, vom Motiv. Der Anlass, dass Sie jetzt kommen, ist unter anderem, dass die großen Ferien begonnen haben und dass eine Familie dann leichter ihre Flucht motivieren kann. Das hatten wir aber in jedem Jahr. Ja, das hatten wir in jedem Jahr. Das ist in diesem Jahr aber verdoppelt gegen das letzte Jahr. Aber immer, wenn die Ferien einsetzen, dann kommt ein Flüchtlingsstrom. Das wissen die Beamten im Notaufnahmelager. Aber nun kommen wir zu den wirklichen Gründen, zu den Motiven. Da ist einmal das neue Arbeitsgesetz. Das ist eine wesentliche Verschlechterung. Ja, am 1. Juli ist das in Kraft getreten. Und das bedeutet, dass die Menschen gezwungen werden können, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten und den Ort zu wechseln, von ihrer Familie getrennt werden. Und es ist eine Art Zwangsarbeit. Damit haben wir uns hier schon befasst, Frau von Hornstein. Was gibt es für weitere Gründe? Ja, die Gründe, die genauso bestanden, als ich mit den Flüchtlingen sprach und das Material für das Buch sammelt, das sind dieselben Gründe wie heute, nämlich eine steigende Hoffnungslosigkeit. Und was meinen Sie, das ist so ein Sammelbegriff, worin besteht nun diese Hoffnungslosigkeit? Ja, sehen Sie, je mehr von den Verwandten herübergehen, je mehr also zurückbleiben, desto mehr entsteht ein Art Sog aus dem Westen, der sich so auswirkt, dass das Haus leer wird, plötzlich ist das Bett der Tochter leer, der Arbeitsplatz ist leer, an der Werkbank steht der nicht mehr, der gestern noch da gestanden hat. Und der Schreibtisch ist leer von dem, der da gearbeitet hat. Und man hat das Gefühl, ist der Morgen noch da, der heute neben mir steht? Und das bringt die Menschen eine Situation, dass das Haus, in dem sie gelebt haben, plötzlich für sie nicht mehr die Bedeutung eines Heims hat, der Weg zum Arbeitsplatz. Sie meinen, der Heimatbegriff entleert sich in gewisser Weise nicht? Der Heimat, was ist Heimat? Heimat ist eine Gemeinschaft von Menschen. Wenn die Kneiper in der Ecke, wo man abends sitzt und ein Glas Bier trinkt, wenn das ein Platz wird, wenn man sein Glas Bier da trinkt und man trinkt einen übern Durst, was die Leute laufen, tun, einfach aus ihrer Bedrängtheit heraus und das Wort bringt sie ins Zuchthaus, dann ist diese Kneipe kein Vermuß mehr. Ja, aber kann das der einzige Grund sein, Frau? Nein, das ist ein Sammelsurium von Gründen. Was gibt es für weitere? Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zu den wesentlichen Gründen. Nicht, dass es ist, die Leute haben jetzt weniger Nahrungsmittel, sie müssen anstehen. Das erzählen sie uns. Und sie erzählen uns, dass sie Angst haben, dass die Grenzen zugehen, weil der Friedensvertrag kommt. Aber was wirklich das Problem ist, das menschliche Problem ist, dass sie einfach in ihrer Menschlichkeit gefährdet sind. Und das geht so vor sich. Sie müssen gewärtig sein, dass sie morgen schon zum Beispiel zu Spitzeldiensten gepresst werden. Und dass sie schuldig werden an ihrem... Frau von Hornstein, entschuldigen Sie, wenn ich Sie hinterbreche. Trifft das für Berufsgruppen zu? Nein, für jeden. Das ist es eben. Ja, wie wirkt sich das aber beim Einzelnen aus? Ja, das wirkt sich aus, dass der Mann, der in der Fabrik arbeitet, morgen verpflichtet werden kann zu Spitzeldiensten oder nicht weiß, ob der Mann oder der Werkband neben ihm nicht vielleicht zu Spitzeldiensten gepresst ist und ihn bespitzeln muss. Und da gibt es Situationen, dass Menschen in eine Schuld gebracht werden. Da kann ich Ihnen unzählige Beispiele sagen. Lehrer zum Beispiel. Lehrer, die Kinder so unterrichten müssen, wie sie es eigentlich nicht verantworten können. Eine Mutter, die zum Beispiel, diesen Fall habe ich erlebt, das war eine der schrecklichsten, die gezwungen wurde von der Staatssicherheit, ihren Sohn zurückzuholen, der bereits in einem Jugendlager in Berlin war, in West-Berlin. Und man hat sie unter Druck gesetzt, hat gesagt, der Vater verliert seine Stellung, die anderen Kinder sind gefährdet. Und die Mutter hat diesen Jungen zurückgeholt, die Staatssicherheit hat ihn kassiert. Und diese Mutter wird ihres Lebens nicht mehr froh, der Junge ist verhaftet worden. Und man sagt sich, wie hätte die Mutter sich entscheiden sollen? Nicht wahr? Die Menschen sind hier im Westen in einer freien Entscheidung. Sollen sie sich... Drüben haben sie sie nicht mehr. Drüben haben sie nicht. Sie werden welchen Weg sie auch gehen, eventuell gezwungen, zu einer Schuld zu kommen. Ja, Frau von Hornstein, Sie haben das so großartig beschrieben in diesem Buch und ein Buch von, ich weiß nicht, 400, 500 Seiten oder 400 Seiten... 345. Dankeschön. Nicht ganz so viel. Das kann man natürlich hier in einem so kurzen Live-Interview nicht schildern. Ich habe Ihnen jetzt zunächst zu danken für dieses Interview. Und ich würde sagen, ich möchte mich hier wirklich nicht der Gefahr der Werbung aussehen. Weiteres in diesem Buch. Ich danke Ihnen, Frau von Hornstein. Meine Damen und Herren, die kommunistischen Machthaber in der Zone konnten an dieser Fluchtbewegung natürlich nicht vorbeigehen. Sie versuchten, sie lange zu verheimlichen, und es gab die merkwürdigsten Versuche zur Erklärung dieser Fluchtwelle. Heute nun behaupten sie, die Fluchtbewegung aus der Zone sei das Ergebnis eines organisierten Menschenhandels, den die deutsche Bundesregierung und die deutsche Industrie betriebe. Und wie immer, wenn es etwas zu beweisen gilt, was nicht zu beweisen ist, geben sich die Kommunisten wissenschaftlich. Insgesamt fünf SED-treue Professoren mussten aufmarschieren, um in einem Gutachten die Legende vom Menschenhandel zu untermauern. Dass diese wirklich absurde Behauptung dadurch nicht glaubhafter wurde, beweist Ihnen der folgende Abschnitt aus dem Gutachten von Professor Steiniger, der zurzeit Professor für Völkerrecht an der Ostberliner Humboldt-Universität ist. Die faschistische Menschenverachtung, die Verletzung der Menschenwürde, tritt uns heute in besonders raffinierter Form in den modernen Gewaltmethoden des organisierten Menschenhandels wiederum entgegen. Wie regelmäßig in den Fällen der Erpressung und des Betrugs handelt das Opfer dabei scheinbar freiwillig. Der sogenannte Republikflüchtige begibt sich scheinbar selbst in die Verhältnisse, unter denen die Jüngeren von den Männern zu Rekruten des Bruderkriegs oder zu Solden einer Fremdenlegion von den Frauen zu Prostituierten, zahlreiche Jüngere wie ältere Männer und Frauen aber zu Agenten gemacht oder mit ihren Familien zur Auswanderung gezwungen beziehungsweise in den Selbstmord getrieben werden. Alle diese Opfer sind in irgendeiner Form dazu verurteilt, den Deutschen Bruderkrieg, den Dritten Weltkrieg, einen Vernichtungskrieg mit Atom- und Kernwaffen vorbereiten zu helfen. Der erzwungene oder erschlichene Schein der Freiwilligkeit gestattet dem Adenauer-Strauß-Regime und den aggressiven Politikern der Westmächte dann obendrein noch die Legende von der Abstimmung mit den Füßen aufzubringen und damit die Opfer nochmals politisch zu missbrauchen, sie gegen die Friedenspolitik der Deutschen Demokratischen Republik auszunutzen und weitere Opfer des Dummenfangs gegen die Deutsche Demokratische Republik aufzuhelfen. Herr Bundesminister, ich brauche Sie nicht vorstellen. Man darf voraussetzen, dass Sie bekannt sind. Dieser Ausschnitt, den wir eben sahen aus dem ostsundalen Fernsehen, gibt nur die Möglichkeit zu einer etwas absurden Frage. Treiben Sie Menschenhandel, werben Sie ab. Ja, wir haben eine Geschichte von Karl May eben gehört. So kann ich die Darstellung des Gutachters Dr. Steiniger nur bezeichnen. Aber eine Formulierung möchte ich aufgreifen. Er sprach von einer scheinbaren Freiwilligkeit derer, die ihre Heimat in Mitteldeutschland verlassen. Ich glaube, er meinte anscheinend freiwillig. Und dann hat er in diesem Fall die Wahrheit gesagt. Herr Minister, halten Sie es für möglich, dass nicht wenigsten in Einzelfälle durch Industriebetriebe wirklich so etwas wie eine nicht Abwerbung, aber eine Kontaktaufnahme etwa mit Technikern aus der Zone einmal stattgefunden hat. Ich möchte hier ein bisschen nachhaken. Ja, das ist gut, dass Sie das tun. Es ist vor Jahren, vor längeren Jahren so gewesen, dass Industriefirmen in Westdeutschland, als sich die Arbeitsmarktlage dank unserer konjunkturellen Entwicklung spannte, versuchten, in den Flüchtlingslagern Flüchtlingslagern und vielleicht auch in der Zone selbst Spezialisten nach ihrem rein privatwirtschaftlichen Interesse zu werben. Und wie haben Sie sich als Minister dazu gestellt? Wie mein Vorgänger Jakob Kaiser habe ich entschieden dagegen Stellung genommen, weil diese Abwerbung von Menschen aus der Zone von der Bundesregierung immer abgelehnt worden ist und infolgedessen der Vorwurf, dass wir Menschenhandel betrieben und es bezieht sich ja besonders auf meine Person, geradezu absurd ist. Es ist eine Lüge. Herr Minister, ich muss Sie und kann Sie hier bestätigen, denn Sie sind es ja gewesen, der sogar zum Bleiben in der Zone aufgefordert hat. Würden Sie das noch einmal bestätigen und würden Sie das auch heute wieder sagen? Ja. Ich habe das immer wieder getan in der Sorge um die nationale Zukunft dieses von Deutschen besiedelten Landes zwischen Oder und zwischen Elbe. Und Sie werden sich sicherlich erinnern, dass ich ganz besonders in einer kritischen Situation die Ärzteschaft aufforderte, als die gesundheitliche Fürsorge infrage gestellt war, doch nach Möglichkeit. Ich kann ja nur einen Wunsch äußern, nach Möglichkeit bei Ihren Kranken, bei Ihren Patienten zu bleiben. Also, wenn nun dieses sowjetionale Regime die Peinlichkeit dieser Fluchtbewegung damit zu entschuldigen versucht, dass es vom Menschenhandel spricht, also eine Lüge ausspricht, wie ich schon vorhin ausführte, dann muss ich sagen, dass ein solches Regime damit jede Qualifikation verliert, irgendwie als Partner in politischer Hinsicht angesehen sein. Danach wollte ich Sie gerade fragen, Herr Minister. Ich habe eben die Zahl bekommen, in den letzten 48 Stunden sind wieder 3.200 Flüchtlinge aus der Zone gekommen. Und das muss ja an irgendeinem Punkt doch einmal politische Konsequenzen haben, auch für das Regime, das sich da DDR nennt. Ja, ich sprach von Peinlichkeit. Ja. Denn ein Regime, das nicht in der Lage ist, die Bevölkerung in der Heimat zu halten, stellt einen Bankrotter. Hier liegt ein eklatantes Versagen der Regierungsführung vor, denn sonst würden ja die Menschen bleiben. Sie lassen ja alles im Stich, wir hörten es schon. Sie kommen ja mit nichts. Also muss die innere Zwangslage, die seelische Not sehr groß sein. Und das, wenn ich das einfügen darf, Herr Minister, in einer Zeit, wo gerade Herr Khrushchev diese Sowjetzone, die sich da gewiss, sehr zu Unrecht Deutsche Demokratische Republik nennt, als eigenen souveränen Staat anerkannt haben, wissen möchte. Ja, die Versuche, die Schuld abzuwälzen, erfolgen zum Teil mit dem Blick auf Moskau. Und ich möchte dem sowjetischen Ministerpräsidenten von dieser Stelle aus empfehlen, es sich im Interesse seines eigenen Volkes sehr gut zu überlegen, ob es politisch sich lohnt, mit einem Regime einen Sonderfriedensvertrag abzuschließen, dessen Bevölkerung gegen die Regierung steht. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Das Ostberliner Regime vertritt weder Deutschland, das deutsche Volk, es vertritt nicht einmal die Bevölkerung, die noch in seinem Machtbereich heute lebt. Herr Minister, ich habe jetzt eine Frage, die weniger an Ernst Lemmer persönlich als an den Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen geht. Die Flüchtlinge kommen zu uns. Wird unsere Position, die politische Position in der deutschen Bundesrepublik in der Welt dadurch stärker? Ja, ich möchte diese Frage bejahen, weil ja nun in Ost und West die Welt immer mehr erkennen muss, auch wenn es hier und da vielleicht in vergangenen Jahren Hemmungen gab, dass das deutsche Volk in der Bundesrepublik seine echte Vertretung hat und nicht in einem Staatsgebilde, dem die Bevölkerung davonläuft. Herr Minister, meine letzte Frage. Der Flüchtlingsstrom und das Ansteigen des Flüchtlingssturms zu vielen Tausenden ist in gewisser Weise darauf zurückzuführen, dass die Menschen Angst haben, eines Tages aus diesem Teil unseres Vaterlandes nicht mehr herauszukommen. Sie haben ganz einfach gesagt Angst, dass die Tür Berlin zufällt, dass der Westen nicht die Stärke besitzt, diese Tür offen zu halten. Müssen sie Angst haben? Ich liebe keine großen Worte und vor allem möchte ich nicht pathetisch wirken. Ich kann aber meinen Hörerinnen und Hörern in der Zone, die jetzt geistig, optisch und akustisch mit mir verbunden sind, die Versicherung geben, der Weg von Berlin nach Berlin bleibt offen. Das wird das Ergebnis einer vielleicht zeitweilig sehr beunruhigenden Entwicklung sein, aber es ändert sich nichts daran, dass das, was in Verträgen festgelegt ist, dass das eingehalten wird, auch in Zukunft. Herr Minister, ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie nach Hamburg gekommen sind und ich möchte Ihnen herzlich danken an Ihrer Mitwirkung bei dieser Sendung diesseits und jenseits der Zorengrenze. Dankeschön. Meine Damen und Herren, mit der Fluchtbewegung aus der Zone befassten wir uns in der heutigen Sendung diesseits und jenseits der Zonengrenze. Teilnehmer an dieser Sendung waren der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Ernst Lämmer, die Schriftstellerin Erika von Hornstein und Hans-Ulrich Barth. Am kommenden Sonntag um 19 Uhr, meine Damen und Herren, bringen wir die nächste Sendung dieser Reihe. Für heute guten Abend und auf Wiederschauen.